Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die Intubation bei Hund und Katze. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit auszuführen. Benötigt werden für diese Übung im Skills Lab Drachialtuben in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, Maulspreizern unterschiedlichen Größen, Spritzen mit 2 oder 5 Milliliter Fassungsvermögen, eine Kaffelspritze, ein Gefäß mit Gleitgel, ein Laryngoskop, ein Beatmungsbeutel, eine Mullbinde, eine Schere und eine Nierenschale. Für die Intubation von Katzen wird zusätzlich lokale Anästhesiespray benötigt. Mit der Intubation wird gewährleistet, dass die Atemwege des Patienten frei bleiben und ein ungehinderter Gasaustausch stattfinden kann. Dies kann zum einen als Notfallmaßnahme zur Sicherstellung der Sauerstoffzufuhr durch manuelle Beatmung mittels Beatmungsbeutel initiiert sein, zum anderen sollte bei jedem Eingriff unter Allgemeinanästhesie eine Intubation erfolgen, um eine ungehinderte Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Im Falle einer Inhalationsnarkose wird durch den Tubus zusätzlich die sichere Zufuhr von Narkosegas gewährleistet. Die Intubation sollte erst nach ausreichender Anästhesie erfolgen. Alle benötigten Materialien werden bereitgelegt. Ein ausreichend langes Stück Mullbinde zum Fixieren des Trachialtubus wird vorbereitet. Der Tubus wird entsprechend der Größe des Hundes ausgewählt. Der Tubus sollte kurz vor der Apertura thoracis cranialis enden und zwischen die beiden Nasenlöcher passen. Der Tubus wird zunächst in seiner Verpackung belassen. Das Kaffventil wird nach außen genommen. Die Dichtigkeit des Kaffs wird überprüft, indem dieser über die Zuleitung mittels einer luftgefüllten Spritze aufgeblasen, geblockt wird. Mit dem blauen Ballon kann der Füllungszustand des Kaffs kontrolliert werden. Achtung, der Kaff darf selbst nicht angefasst werden. Anschließend wird der Block wieder gelöst, indem die komplette Luft mit einer Spritze wieder entzogen wird. Unmittelbar hinter dem Anschlussstück des Tubus wird nun ein längeres Stück Mullbinde befestigt. Dieses dient zur Fixierung des Tubus am Tier nach erfolgter Intubation und sollte bereits zu diesem Zeitpunkt angebracht werden, damit der folgende Ablauf am anästhesierten Tier möglichst zügig durchgeführt werden kann. Das Tier wird in Brustbauchlage oder alternativ in Seitenlage gelagert. Der Kopf sollte in eine aufrechte Position gebracht werden, der Hals wird gestreckt, das Maul des Tieres wird geöffnet. Der Kopf wird so fixiert, dass dieser sich zu keiner Seite drehen kann. Der Maulsperre aus Holz wird nun zwischen den jeweils rechten oder linken Kaninus des Ober- oder Unterkiefers eingesetzt. Alternativ können Maulspreizer oder eine abgeschnittene Spritze verwendet werden. Sollte eine Assistenz zur Verfügung stehen, die das Maul des Patienten aufhält, kann für die Intubation auch auf den Maulspreizer verzichtet werden. Allerdings sollte dabei darauf geachtet werden, dass nicht direkt ins Maul gefasst wird. Dennoch muss nach der Intubation ein Maulsperrer eingesetzt werden, damit der Patient den Tubus nicht durchbeißen kann. Am lebenden Tier kann die Zunge vorsichtig nach Kranioventral gezogen werden, sodass die Sicht auf den Larynx ermöglicht wird. Dieser Schritt kann an dem Modell in diesem Video jedoch nicht durchgeführt werden, da hier die Zunge leicht einreißen kann. Stattdessen kann mit dem Laryngoskop der Zungengrund nach Ventral gedrückt werden. Beim Intubieren von Katzen, die deutlich empfindlicher auf Manipulation am Larynx reagieren als Hunde, kann der Larynx des Patienten mit einem Lokaleinästhetikum zum Sprühen betäubt werden, wodurch das Einführen des Endotrachealtubus erleichtert wird. Nur im äußersten Notfall sollte die Epiglottis mit dem Spatel des Laryngoskopes heruntergedrückt werden. Der Trachealtubus wird nur an dem Ende angefasst, an dem anschließend der Atembeutel aufgesetzt wird. Nun wird der Tubus in kaudoventraler Richtung zwischen den beiden Stimmbändern eingeführt. Die Weite des Maulspreizers kann jetzt gelockert werden. Alternativ kann der Maulspreizer durch einen kleineren Maulsperrer oder eine angeschnittene Spritze ersetzt werden. Dieser Schritt ist wichtig, um die Kiefermuskulatur während des folgenden Eingriffs nicht zu überlasten. Der Trachealtubus wird mit einer Mullbinde um Unterkiefer und Hinterkopf des Tieres mittels einer Schleife befestigt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Zunge frei bleibt. Der Kaff wird nun mittels der Kaffelspritze befüllt. Dafür wird einmalig der Einschaltknopf betätigt, sodass das Display 00 zeigt. Nun wird die Spritze fest auf das Ventil des Tubus gedrückt und der Kaff befüllt, bis ein Druck von 20-30 cm Wassersäule erreicht ist. Um zu prüfen, ob der Tubus richtig sitzt, wird der Patient zwei- bis dreimal vorsichtig mit dem Beatmungsbeutel beatmet, dabei hebt und senkt sich der Brustkurb. Für die Extubation wird mithilfe einer Spritze die Luft aus dem Kaff des Trachealtubus gezogen. Die Fixierung des Trachealtubus am Tier wird gelöst. Der Trachealtubus wird nun langsam und vorsichtig nach Kranial gezogen. nach Kranialazir Vielen Dank.